ARD Text im Auftrag von Funk Ihr braucht noch eine Waffe Ähm, ja, nehm ich Warte mal, ich guck mal Warte, 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 ist der tot? Ja Ja, der ist durch Ähm Achso, gebückter durchgehen Ah, ok, ich hätte auch gedacht haben Alter, was ist das denn? Ah, gerade kann ich mich noch erinnern Ja, man muss ja aufpassen, man darf auf jeden Fall nicht ins Wasser Ach Wie kommst du denn? Toll, dräng mich weg, Gena Geh du zuerst Ja, ja, warum ich? Na gut, dann geh ich zuerst Sei vorsichtig Ist der tot hier? Ich seh nix Ich bin tot Ok Ich bin voll in Zombies reingerannt Du lebst noch, ne? Ja, aber ich hab Angst, weil ich nix sehe Ich versuch die mal hier ins Wasser zu locken Wenn die das denn Schaffen Aber ich hab jetzt ein Baseball Oh, jetzt muss ich das ganze Haus wieder zurück Ach, schaffst du, die haben ja schon alles da weggebracht Dennis, ich komme Ich find den Weg nach unten noch nicht Ich find den Weg nach unten noch nicht Ähm Warten will ich nicht Wo ist es denn jetzt? Oh, das sieht ja cool aus wie mit deinem Wasser sterben Warte, ich wills auch mit sehen Ist mein Ich schon tot? Mein Zombie Ich? Ja Oh, fuck, 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 fuck Hoffentlich find ich den Weg wieder Ich bin zu was ich nicht Hauptsache du bist noch nicht tot Ne, ne, noch nicht Ey, was kommt hier denn für ne Menge an Zombies durch? So, das Treppenhaus einmal runter Weil wir das ja aufgemacht haben Verdammt, verdammt, verdammt Hä? Oh, 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 oh Boah, hab ich Glück hier Jetzt hier, geschwenkt durch die Wand Durch die rote Tür Uh Nach unten Ich hab jetzt nen Baseballschläger und ne Feuerwehrachs Also die Feuerwehrachs, die gefiel mir wohl Ja, die ist Hammer, ne? Ich hab auch das Gefühl, dass du hier gleich schon wieder da bist Ja, ich brauch nicht mehr allzulange Okay Ich bin ja, ich springe jetzt von Balken zu Balken Ähm Ja Warte, jetzt hier Also wenn du zufällig auf dem Weg ne Taschenlampe finden würdest, das wär super Äh, ne, nicht so Gar nichts Ich seh dich schon, aber du bist rot markiert Ja, ich bin ziemlich, ziemlich verletzt Du bist verletzt Oh, hier ist alles toll Da kommt einer Ja, seh ich nicht so richtig Doch die Beine so bisschen Oh, 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 oh Oh, 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 oh Weg Chill Nein Nein Dose Scheiße, ich bin schon wieder tot Oh, 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 oh Nein, ich bin doch gerade erst nach unten gekommen Ich bin schon wieder oben, bist du auch hier so oben? Ja So, da bin ich Hab mal Jus was getrunken, weil ich guck, ob wir hier oben wieder noch was schönes finden. Ja, die ganzen schönen Sachen sind... Watt? Ich krieg das nicht immer so hin hier, so, dass ich mit der Axt genau treffe. Ja, das ist schwer. Auch, dass man nicht so zu nah rangeht an die Gegner, das ist auch ziemlich schwer einzuschätzen. Ja, genau. Hier ist ein Ball, das will ich nicht. Hier ist noch eine Tür. Die ist aber abgeschlossen. Das ist eine Formulisation für die Pistole. Am vorn ist mehr gesehen. Also hier öffnet sich eine Tür, wenn wir, glaube ich, so einen Code finden. Ja, aber den habe ich jetzt noch nirgends gefunden. Wie sieht der aus? Ist das so ein Zettelding oder was? Ja, der muss irgendwo hier auf dem Map irgendwo hinterlegt sein. Ich habe eine Waffe, ich habe eine Waffe und ich werde sie benutzen. Wofür ist das Walkie-Talkie eigentlich gut? Damit man in-game miteinander reden kann. Aber das machen wir jetzt anders, ne? Ich sage es ja nur ungerne, aber ich hänge fest. Wer hängt es fest? Der Schank ist auf mich drauf gehalten. Warte mal. Ne, jetzt geht es wieder, jetzt geht es wieder. Gott sei Dank, ey. Oh, gut. Also schon einen kleinen Schiss in der Buchs. Ja, ich auch. Aber sonst macht es bisher eigentlich mega Laune und wir spielen da schon fast 14 Minuten. Ja, die Map ist riesig, ne? So, jetzt wieder hier vorsichtig die Balken runter. Boah, kleiner Schluckäufchen. Eieieiei. Nicht runter, aber hier. So, sauber. Oh, oh. Oh. Ich habe mir nichts getan. Du bist aber ziemlich tiefgefallen. Sah schon ulkig aus. Voll drollig, der Kleine. Voll drollig. Oh, oh, ein Kind. Wo ist es? Bob, f*** auf, ey. Oh Gott, habe ich mich rafferjagt. Weißt du was? Halte mal die Stellung, ich suche jetzt eine Taschenlampe. Okay. Okay. So. Kuck, guck, 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 guck. Ah. Bist du tot? Noch nicht. Ich höre gerade hier ab. Ich habe Angst alleine auf dem Dachrunden. Ich habe Angst alleine hier im Keller. So, ich habe ein Bleirohr. Ich habe jetzt hier ein Plakat mit einer 1800 draufstehen. Können Sie das denn, wenn wir der Code sagen? Nein. 1-8-0-0. Ach so. Das ist noch ein Telefon, aber, ne? Ja, aber wer weiß. Ja, kann sein. Vielleicht bringt ihr echt was. Ähm, dahinten, genau. Ich hatte eine Kettensäge. Ich habe gerade fast die Orientierung verloren. Ich hatte die Kettensäge und ich wurde trotzdem zerstört. Was machst'n du da hinten? Ja, ich... Ich verlaufe mich auf das mal. Das Problem... Haben wir hier noch irgendwas? Oh, geil! Das geht nicht, aber... Ich habe eine Schrotflinte, glaube ich. Ist da auch noch Munition drin? Wenn ich auf R drücke, passiert nichts. Okay, dann ist sie leer. Na super, das sind ja tolle Aussichten. Nein, die war nicht leer! Huch! Hat so nur was im Lauf. So, ich nehme jetzt nochmal das Ball mit. Ich kann die Waffe schon wieder nicht aufnehmen. Dafür das Brett super. Ja, das ist gut. Das ist sehr hilfreich. Die Waffe konnte ich aufnehmen. Höchst interessant. Geil, die Schrot ist natürlich Hüls, ne? Von der Streuung her. Ja, die ist toll. Munition wäre jetzt der Hammer. Du, ich habe die Kettensäge, ne? Die hat ja noch relativ viel Munition über. Die habe ich jetzt leider im Keller verloren. Ist das gut oder super? Äh, du bist scheiße. Ja. Ähm, wo ist die Leiter? Ich habe jetzt unten nämlich alles absearcht. Aber nichts gefunden. Nee, ich glaube, wir haben komplett alles abgegrast. Vor allen Dingen, wir schleppen auch alles nach unten in den Keller, ne? Ja, genau. Wir sterben dann da und lassen es dann da liegen. Inmitten der ganzen Zombieherde da. Also, der Code war es nicht von 800. Ist das eine Zombieherde? Nee, eine Morde, ne? Eine, ein, ein, ein Schwarm von Rickitzen aus, ein Schwarm von Besten. Von Bisons. Äh. Von Zombies. Von Zombies, genau. Oh, haben sie letzte Woche den Stallflüsterer, oder diese Woche verabschiedet. Und dann hat er noch mal in Köln da so eine besondere Show gegeben auf dem Drachenfels. Oh, stimmt. Stimmt. Habe ich mitbekommen. Mit dem geht's dann? Oh, oh. Nein! Du bist gestürzt. Sag nicht, du bist gestürzt. Ich bin gestürzt. Ich seh deine Leiche. Lass meine Sachen da liegen. Ich bin gleich wieder da. Verdammt. So, meine Freunde. Jetzt geht's ab mit der Kettensäge. Ich seh's vergoren, nix. Aber ich färts mit uns. Ich bin da wieder aufgestanden. Hammer! Warte, jetzt hole ich mir meine Sachen wieder. Also. Wichtig ist er. Warum kann ich... Schaufel... Colt, Barretta. So, die Schaufel ist mal Wecker. Dafür die schöne Schot. Und Vibe. Ähm. Oh, ich bin gerade auf die falsche Tasse gekommen. Warte. Sorry, Leute. Ich hab' anstatt Staunen... Hahaha. Ja. Warte, ich will das sehen. Ja, ähm. Schleckene Nachrichten. Wir sind alle tot. Bis auf einen. Ne, zwei. Oh, das hat Spaß gemacht. Warum stirbt der nicht? So. Dote. Hier ist es ein Dote. Oh. Ich seh' nichts. Au. Entschuldige. Ne, er hier. So, der ist auch da rum. Sehr schön. Okay. Müssen wir hier lang? Ich guck mal gerade hier ums Eck. Doch, ich glaub, hier ist richtig. Wackel doch nicht so. Du Arsch. Boah, ey, den hab' ich jetzt aber Muni verschwendet. Ich hab' hier gerade auch so'n... ...so'n, äh... ...Türr-Dominator. So' Oppa. Ja. Da, pass auf, hinter dir, ne? Ja, diese Oppa sind das Schlimmste. Oh, danke. Ey, die haben die meiste Lebenserfahrung, wa? Ja. Ah, du, ich seh' grad' mal wieder nix. Nein, ich bin out of ammo. Warte, ich nehm' die nächste Waffe. Okay. 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 Okay.